Hey, hallo Leute. Ich bin heute draußen in meinem Camp und ich will ein bisschen das Camp so ein bisschen wetterfest machen, ein bisschen winterfest machen. Vielleicht der letzte Tag, wo ich hier draußen bin, ist es heute. Und ich hoffe doch, ihr seid dabei. Ja, und heute findet es wirklich sehr, sehr stark. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt irgendein Boss versteht von dem, was ich sage. Aber hier habe ich den Windschutz. Den Windschutz. Und das ist ja heute eigentlich ein ganz gutes Wetter, um ihn zu testen. Will aber auch ein bisschen hier draußen chillen und ein bisschen im Wohnwagen sitzen, den nochmal richtig verteuern sozusagen. Also mit Expandern die Folie richtig festmachen. Ja, jetzt wird aber erstmal aufgemacht. Ja, und deswegen habe ich jetzt auch hier nur so halbwegs draußen die Plane aufgemacht, weil sonst pustet es mir das in alle Richtungen. Es ist wirklich sehr, sehr starker Wind heute. Ja, eigentlich ein herbstlicher Tag. Es hatte ja auch schon geschneit. Ich hatte ja auch schon jetzt eine Episode mit Schnee. Aber hier unten, es ist ja doch weiter unten als das, wo ich gerade wohne, da ist halt gar nichts liegen geblieben. Und da ist jetzt noch Herbst. Ja, jetzt habe ich draußen ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen rumgewurschtelt. Jetzt möchte ich mir was zu essen machen und zu trinken. Und ich überlege eigentlich gerade, ob ich das jetzt hier drinnen mache im Wohnwagen. Gute Nudeln. Oder ob ich jetzt nicht wirklich gleich mal den Windschutz teste, weil heute ist es ja so windig. Das sind ja eigentlich die Optimalforaussetzungen für so einen Test. Was natürlich ein bisschen Stier ist, dass sie jetzt auch gleichzeitig die letzte Sonne nimmt, die von der Richtung kommt. Aber jetzt ist es so. Also windgeschützt ist es schon. Da kann man jetzt nichts sagen. Bisschen frisch ist es natürlich ohne Sonne. Aber ja gut. Nur mal so zwischendurch, dass ihr seht, ich flunke hier nicht rummachen. Also das ist Eis, wie es auf dem Windschutz mit drauf war. Super. Also wie es so ist, jetzt habe ich gerade mit der einen Hand hier alles runtergeschmissen. Hier ist es nass. Und naja, ich habe ja noch Wasser zum Nachfüllen. Der Windschutz, der taugt wirklich. Und das ist jetzt kein Spaß. Also sitzt hier wirklich, ja, windstill wäre jetzt übertrieben, aber sehr windgeschützt. Ja, so sieht das aus an dieser Seite hier. So langsam wird es. Cheers. Ja, das war jetzt wieder gut. Jetzt werde ich mal noch ein bisschen schauen. Windschutz gleich abbauen und schauen, was man hier noch vielleicht aufräumen kann oder so. Ich habe vorhin schon immer mal mit dem einen Auge draufgelinst. Und eigentlich, ja, gut, die planen die Wedeln natürlich jetzt rum im Wind. Und da kann man dann sich auch verkünsteln beim Festbinden. Ja, soweit so gut mal dazu. Das war jetzt der vielleicht letzte Tag dieses Jahr im Camp. Hier kommt jetzt wieder schön die Sonne hin. Und der Wind jetzt halt auch wieder. Jetzt noch einmal außen rum noch mal schauen. Ja, sieht alles ganz gut aus. Soweit so gut. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Zuschauen, denkt daran, geht raus. Daheim sterben die Leute. Oh, 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 oh Vielen Dank.